Musik Hallo, ich bin Lotte und ich habe sechs Gastgeschwister und mit fünf von denen habe ich einen Stollen gebacken. Wir haben einen Quarkstollen gemacht mit dem Rezept von meiner Großmutter. Den habe ich schon relativ oft mit ihr auch zusammen gemacht und dieses Mal habe ich den mit fünf kleinen Kindern zusammen gemacht. Ich habe versucht mitzufilmen, was relativ schwer war, weil fünf Kinder um eine Schüssel ein bisschen kompliziert. Ich hoffe aber trotzdem, euch gefällt das Video und ja, viel Spaß! Musik Nein, 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 ich mache das. Nein, nein, ich werde das. Ich werde das mit etwas tun? Ich werde das mit. Arrête, ich verbege die Hande, aus der Hande. Ich werde das mit. Ich kann etwas tun? Und ich werde das mit was? Nein, ich werde das mit. Ich werde das mit was? Du machst du Zucker und du Rassort, d'accord? Quoi? Rassort, das bedeutet was? Rassort. Ah, ja, du hast du Rassort. Ah, nein. Tschüss. Was ist das? Tschüss. Musik 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 Vertraue und glaube, es ist besser. Danke. Es kommt? Ah, ja, das ist gut. Und noch? Noch ein bisschen? Ja, noch ein bisschen. Oh, das ist gut! Ich glaube, das geht nicht. Das geht nicht? Ja. Das geht nicht? Ah, ja. Ja, aber noch ein bisschen. Aber es ist nicht so schön. Das geht nicht? Ja. Ich mache ein Ding, das ich sehr gut liebe. Ich mache die Farine. 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 Ich mache die Farine.